Dann können wir ja mal versuchen über diese Aufgabe hier so ein bisschen nachzudenken. Also wir haben zwei Stromkreise, die sollen sich irgendwie einen Kupferleiter als Rückleitung teilen und die soll, also wenn da was von einem Radius gegeben ist, wird die was für eine querschnittsförmige Fläche haben, was kreisförmiges. Und da ist ein Radius und eine Länge gegeben und eine spezifische Leitfähigkeit von Kupfer, falls man die nicht im Kopf hat. Und naja, das sind diese 58 oder manchmal sind es auch 56 oder 57, irgendwie sowas in dem Dreh, je nachdem wie gut und wie rein das Kupfer ist. Aber irgendwie sowas in dieser Größenordnung da auf jeden Fall kann man annehmen in Siemens pro Meter. So, und die erste Aufgabe soll mal sein, dass wir den Gleichstromwiderstand der Leitung berechnen. Und das schreibe ich vielleicht mal hier drunter. So, hallo, wie würden wir das jetzt machen? Genau, und die Bemessungsgleichung lautet? Genau, also dadurch, dass wir jetzt da oben ein Kappa für die Leitfähigkeit gegeben haben, können wir das mit der Leitfähigkeit hinschreiben. L durch Kappa und sozusagen durch A ist auch irgendwie so ein bisschen logisch. Wenn man den Leiter länger macht, dann sollte der Widerstand größer werden. Deswegen steht das über dem Bruchstich, wenn ich den Leiter dicker mache, sollte der Widerstand kleiner werden. Deswegen steht das unter dem Bruchstich, wenn die Leitfähigkeit größer wird, sollte der Widerstand auch kleiner werden. Man könnte das eben auch mit diesem spezifischen Widerstand, mit dem Rho da hinschreiben, Rho mal L durch A. Aber dadurch, dass wir jetzt das Kappa gegeben haben, ist die erste Gleichung vielleicht besser. So, und die zweite Frage, die sich dann natürlich so direkt da anschließt, naja, wie groß ist denn jetzt diese Querschnittsfläche? Pi a². So, und dann können wir diese ganzen Zahlenwerte da einsetzen. Also, ich schreibe mal die Gleichung nochmal einmal jetzt kompletto hin. L durch Kappa mal Pi mal R². Und dann können wir mal einmal die Zahlenwerte einsetzen, gucken ein bisschen, was da mit den Einheiten passiert. Da sollte jetzt natürlich oben rauskommen am Ende. Ja, also hier sind die Zahlenwerte jetzt vielleicht wirklich etwas generisch, weil mit den 1 und 1, wie ich immer sage, ob man durch 1 teilt mal 1 rechnet, macht ja keinen Unterschied. So, hier haben wir diese 56 mal 10 hoch 6. Das sind Siemens pro Meter. Und dann haben wir hier nochmal Pi. Und ich schreibe mal hin einfach ein. Tja, wie machen wir das jetzt? Am besten wäre, wenn wir gleich die Millimeter hier oben in Meter umrechnen. Das wäre ein 10 hoch minus 3. Und die muss ich jetzt natürlich quadrieren und das Meter auch quadrieren. Und dann mache ich hier oben mal noch ein schönes Meter draus. Dann sieht man auf jeden Fall da kürzlich Meter gegen Meter oder Meter und Meter gegen Meter Quadrat. Das bleibt 1 durch Siemens über. Das ergibt natürlich genau oben. Als Einheit und irgendwie müssen wir noch mit diesen Zahlenwerten da umgehen. Naja, und aus einer 10 hoch 6 unter dem Bruchstrich könnte man 10 hoch minus 6 über dem Bruchstrich machen. Aber man könnte auch hier natürlich erstmal irgendwie diese 10 hoch minus 3 da weg machen. Also die heben sich jetzt, wenn ich das richtig überblicke, genau gegenüber dem da auf. Naja, und dann haben wir noch 58 mal Pi. Das kann man schwer im Kopf rechnen. Das sind irgendwie so 170 und jetzt eben 1 durch 170. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen wie immer Octave. Und kloppen das da mal rein. und gucken mal, was da rauskommt. Aber da sollte jetzt eben irgendwas im, naja, 1 durch 170. Wie oft passen die 170 in, sagen wir mal, 1000 rein? Da ein bisschen mehr als 5. Ja, also da sollten jetzt 5, 6 Milliohm irgendwie sowas in dem Dreh rauskommen, wenn man das jetzt in Milliohm umrechnet. Das wäre jetzt so zumindest meine Kopfrechnung. Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht ganz gut. Es kommt 5,5 raus. Also gut, wir können das jetzt hier auf jeden Fall nochmal machen. Also L ist 1, Kappa sind diese 58 E6. Der Radius ist 10 hoch minus 3. Und dann können wir ja rechnen, einfach RDC für Direct Current, für den Gleichstromwiderstand, macht L durch, jetzt schreibe ich das alles in Klammern, oder ich, ja, ich rechne gleich erstmal ein A aus. Das ist Pi mal R Quadrat. Und dann können wir genau diese Formel so nehmen. L ist R, DC ist L durch Kappa durch A. Und dann kommen da 5,488 oder eben 5,5. Wer will das? Wer kann das schon so genau messen? 5,5 Milliohm raus. Und das sagt jetzt ja auch ungefähr so meine Oberabschätzung im Kopf. Irgendwas zwischen 5 und 6 Milliohm. Und klingt das plausibel für so einen Gleichstromwiderstand einer Leitung, die einen Meter lang ist und einen Millimeter Radius hat? Ja, klingt irgendwie einigermaßen plausibel. So, okay, das ist jetzt Gleichstromwiderstand. Und Gleichstromwiderstand heißt natürlich, der Strom fließt über die gesamte runde Querschnittsfläche des Leiters. So, und jetzt kommt bei Aufgaben Teil B hier dieser Skin-Effekt zum Tragen. Und jetzt soll man eine Näherung angeben für den Wechselstromwiderstand, der durch diesen Skin-Effekt hervorgerufen wird. Und jetzt steht schon auch im Prinzip natürlich, was Skin-Effekt heißt. Der Strom fließt nur noch in einer Schicht direkt unterhalb der Oberfläche des Leiters. Deswegen heißt die ganze Nummer ja Skin-Effekt. So, wodurch wird der hervorgerufen? Ja, also der tritt nur bei Wechselstrom auf. Aber was ist jetzt bei Wechselstrom anders als bei Gleichstrom? Also man kriegt im Inneren des Leiters Wirbelströme. Ja, da werden Wirbelströme induziert und die wirken, also auf Englisch heißen die Eddy-Currents, und die wirken dem ursprünglichen Stromfluss entgegen. Und deswegen drängen die den Strom praktisch nach außen. Also weil die in der Mitte den eigentlichen Stromfluss kompensieren. Und irgendwo muss ja der Strom aber hin. Und dann fließt der eben hauptsächlich außen her. Und warum außen her? Weil ja da außen ringsherum nur Luft ist. Und in der Luft können eben keine Wirbelströme induziert werden. Und deswegen können die auch den Strom nicht da so sehr bedrängen. Also in der Mitte ist eben viel Wirbelstrom, was den Strom auffällt und entgegengesetzt ist und am Rand nicht. So, und deswegen können wir eben das mit diesem, also können wir annehmen, der Strom fließt nur auf der Oberfläche des Leiters und sozusagen in einem Kreisring unterhalb der Oberfläche. Und die Dicke des Rings entspricht dieser Skintiefe. Und die Skintiefe kriegt als, wie heißt dieser griechische Buchstabe hier? Ein Delta, genau. Ein kleines D sozusagen, ein kleines Delta. Und ja, und ich meine, diese Skintiefe heißt eigentlich, also ich mache jetzt mal hier so ein bisschen so Skizze. Also in B, ja, ist es jetzt so, wir haben unseren kreisförmigen Querschnitt hier. Das ist ein Kreis. So, und bei, also wenn ich das vielleicht nochmal so im Vergleich zeichne, jetzt hier bei A war das so, wir hatten den kreisförmigen Querschnitt und da floss der Strom einfach überall. Also da war die Fläche, die wir jetzt hier hatten, das A, das ist einfach die komplette Kreisfläche. Und bei B nehmen wir jetzt eben an, okay, der Strom fließt jetzt nur auf der Oberfläche. Ich versuche mal so einen Kreisring einzuzeichnen. Ja, und der Strom fließt eigentlich nur hier. Nur innerhalb dieses Rings. Und und der Ring hat jetzt diese dicke Delta. Das ist kein schönes. Das ist kein schönes Delta geworden. Das ist ein Delta. So, und hier hatte der der Kreis einfach natürlich diesen Radius Jahre und hier hat er jetzt immer noch den Radius R, aber dieser Ring hat eben dieses Delta. So, kriege ich hier noch einen Radius eingezeichnet. Vielleicht noch hier drüben. So, und dieses Delta heißt eigentlich, wenn man sich jetzt mal so eine Ortskoordinate anzeigt, ja. Ja, also wenn wir jetzt mal praktisch von, ja, wie beschreibe ich das jetzt irgendwie am besten, Radius, Radius minus X oder sowas. Also, hier ist, hier ist außen, ja, und wir gucken jetzt in den Leiter rein. Wir bewegen uns in den Leiter rein. dann macht die Stromdichte das J macht eigentlich sowas. Die fällt exponentiell ab über den Abstand. Ja, und ich meine, am anderen Ende des Leiters geht die natürlich eigentlich wieder hoch, wenn ich jetzt hier so gucken will. Aber wir gucken uns sozusagen auf dieser Linie hier mal die Stromdichte an. So, und also eigentlich macht die Stromdichte das. Die ist am Rand ganz hoch und dann fällt die eben so exponentiell ab. Und in der Mitte ist die, geht die dann gegen Null, wenn man so will, wird aber, wird aber nicht wirklich Null. So, und tja, wo, wo finde ich jetzt in diesem, in dieser Skizze hier, wo finde ich da jetzt dieses Delta wieder? Genau, und ich würde jetzt natürlich sagen, wenn es um 63 Prozent gefallen ist, also wenn es auf auf 36, 37 Prozent gefallen ist. Also wenn wir hier oben 100 Prozent haben, dann werden hier, also diese minus 62 Prozent, dann landen wir bei 37 Prozent und 37 Prozent wäre das gleiche wie 1 durch E. Ja, und da, wo die Kurve so groß ist, das ist genau ein, hier unten auf der Achse, ein, 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 ein Delta. So, und das heißt, wir nehmen jetzt im Prinzip an, jetzt nehme ich mal ja noch eine Farbe, also wir, wir nehmen jetzt an, dass unsere Stromdichte im Prinzip so aussieht, ja. Die ist in dem, in diesem Bereich bis Delta ist die sozusagen maximal und danach ist die Null. Also es ist ein, 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 ein schon übermäßig vereinfachtes Modell. Ähm, wir werden aber vielleicht dann hoffentlich nachher sehen, dass das, dass das schon, ähm, ziemlich gut passt. Wenn man das jetzt so auf diese Art und Weise macht. So, okay, dann ist die große Frage, wie, ähm, ja, wie können wir jetzt dann den, also an der, an dieser Formel, hier erinnert sich ja nicht viel, ja, das ist, bleibt immer noch die gleiche Formel. Die Frage ist jetzt, wie groß ist die Fläche von diesem Ring? Ja, weil hier, das war einfach die Fläche von dem, von dem Kreis hier vorher. Genau, wir nehmen einfach den großen Kreis, das nenne ich mal irgendwie großer Kreis, minus A, die Fläche von dem kleinen Kreis. Und das kann man jetzt natürlich wunderbar ausrechnen, indem man einfach sagt, okay, das ist Pi mal der Radius zum Quadrat minus den Radius minus Delta zum Quadrat. Richtig? Genau. So, und dann sieht das hier oben natürlich nach was aus? nach binomischer Formel. Ja, und dann können wir mal versuchen, irgendwie diese binomische Formel auszurechnen. Was kommt dann da raus, schönes? Genau. So, und dann müsste das, müsste das jetzt hier noch in Klammern und ein Quadrat über Delta auf jeden Fall noch, sonst passt das auch von den Einheiten nicht. Und ich mache jetzt mal die Klammer hier, löse ich dadurch auf, indem ich aus dem Minus ein Plus mache und aus dem Plus hier gleich ein Minus. und dann sieht man, okay, da ist auf jeden Fall schon mal ein R Quadrat und ein R Quadrat, was sich zu Null addiert. Und dann bleibt 2 mal Pi mal R, oh ne, 2 R Delta und ein Delta Quadrat über. So, und jetzt, ja, könnte man, wenn man wollte, das noch natürlich so ein bisschen nähern und sagen, naja, wenn das Delta hier, ähm, eben, wenn das Delta deutlich, deutlich kleiner ist als der Radius, ja, was vermutlich für einige Fälle anzunehmen ist oder sinnvoll ist, also für den Fall, dass das Delta kleiner, kleiner ist als R, dann wird natürlich Delta Quadrat viel schneller, kleiner als Delta. Ja, dass wir das, den Delta Quadrat Term ins Rad drücken könnten und dann kommt da einfach raus, Pi mal 2 mal R mal Delta. So, und wenn man jetzt da so ein bisschen scharf drauf schaut auf diese Formel, ähm, was fällt einem auf, wie, wie könnte man das jetzt eigentlich auch schreiben und das macht auch durchaus Sinn oder ist sinnvoll, wenn man auf die Skizze hier unten schaut, 2 mal Pi mal R ist auch was? Ne, jetzt lassen wir noch nicht die Fläche, weil es hat ja nur, es ist der Umfang, genau. Also ich könnte auch sagen, das hier vorn, das ergibt den Umfang und ich könnte auch dann schreiben, das ist U mal Delta. und Umfang ist ja einfach, wenn ich jetzt hier unten einmal, nehme ich mal wieder eine andere Farbe, äh, wenn ich jetzt hier einmal ringsrum laufe, gut, ja, also natürlich genau auf der Oberfläche, das kriege ich jetzt hier schwer gezeichnet, ähm, das ist ja genau einmal der Umfang und wenn ich jetzt den, den Kreisring mal praktisch hier durchschneide, ja, und dann so abrolle, dann, dann wird er ja genau, ähm, die Fläche draus, also das, was hier oben wieder steht, ist ja die Formel von der, vom Flächeninhalt eines Rechtecks, denke mal Breite, und das ist genau dann dieses Rechteck, was da rauskommt, wenn ich jetzt diesen Kreisring wieder unten gezeichnet, äh, praktisch einmal durchschneiden würde und so abrollen würde, dass dieser Kreisring dann eben, ähm, die dicke, oder dass dieses Rechteck eben Delta dick ist und, ähm, U lang ist. Ja, und dann ist das eben eine super einfache Formel jetzt in dem Fall, also Umfang mal oder zweimal Pi mal R mal dieses Delta, und in dem Delta, da steckt jetzt ein bisschen eben hier unser Wirbelstrom und Skin-Effekt und, ähm, und das drin, was da passiert, also da steckt die Frequenz drin, kann man sehen, Kreisfrequenz, Kappa und, ähm, die Permeabilität des Materials und die ist bei Kupfer, wow, brauchen wir gleich zum Ausrechnen, die Form, also die vom Freiraum Kupfer ist ja kein ferromagnetisches Material, ja, also, da können wir vielleicht mal hinschreiben, wie groß wäre denn das µ? Genau, und wie groß ist µ0? Ne, das ist, das ist das Epsilon, also Epsilon 0 ist 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter, aber das nützt uns in dem Fall gar nicht so wahnsinnig viel, das µ0 ist das 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7, also roundabout 4 mal Pi, früher war das mal exakt so, jetzt ist das ungefähr so Voltsekunden pro Ampermeter, also das müsste 1,25 mal 10 hoch minus 6, richtig, genau, und dann eben in dieser entsprechenden Einheit, das können wir jetzt da einsetzen, ja, und jetzt bräuchten wir natürlich noch Frequenzen, für die wir das ausrechnen können, wir können das ja mal für diese Frequenzen, die da sind, ausrechnen und schon mal gucken, was da rauskommt, für diese 50 Hertz, 5 Kilohertz, 500 Kilohertz, 5 Megahertz, das kann ich jetzt gleich mal in Octave machen, aber auch vorher noch einen Schluck Kaffee, bevor wir ganz kalt, ist, so, Frequenz, da baue ich jetzt gleich einen Vektor draus und schreibe da diese Werte rein, 50 Hertz als Netzfrequenz, 5 Kilohertz, 500 Kilohertz und 5 Megahertz, tatsächlich ein bisschen seltsam gestufte Werte, also weil von der ersten bis zur zweiten liegt ein Faktor 100, hier liegt nochmal ein Faktor 100, hier liegt jetzt nur ein Faktor 10 dazwischen, vielleicht hätte man auch einfach mal 50 Megahertz nehmen sollen, egal, vielleicht muss ich mal die Aufgabe irgendwann umbauen oder vielleicht nehmen wir 50 Megahertz, so, aber auf jeden Fall diese Frequenzen, so, wie kriege ich Kreisfrequenz raus? Mal 2 mal Pi, genau, so, dann kommen Kreisfrequenzen raus, dann brauchen wir noch dieses und dann können wir auf jeden Fall schon mal das Delta da ausrechnen, um zu gucken, was da rauskommt, schönes, also die Wurzel von 2 durch Kappa durch Omega und durch µ und dann funktioniert das so, glaube ich, jetzt wieder nicht, weil unser Omega ist ja ein Vektor, wir wollen nicht durch diesen Vektor teilen, wir wollen elementweise durch alle Elemente dieses Vektors teilen, deswegen brauchen wir das Punkt, so und dann kommt da was bei raus und das ist jetzt natürlich in Meter skaliert, also nehme ich mal das Delta und rechne das mal 1E3 mal 10 hoch 3, dann kommen da Millimeter raus, so und dann sieht man, also bei 50 Hertz, das ist ja auch was, was man vielleicht ungefähr schon mal gehört hat oder so im Kopf hat, ist Skintiefe, ist dieses Delta eben so 9, 10 Millimeter, das heißt, das ist jetzt viel größer als unser Radius, ja, das heißt, da macht jetzt unsere Formel einfach keinen Sinn, wenn wir die so benutzen, wie die so dasteht, hier könnte die Formel so langsam sinnvoll sein, aber wahrscheinlich haben wir trotzdem immer noch mehr diesen Gleichstromwiderstand als alles andere, also hinten ist diese Näherung, die wir jetzt gemacht haben, das Delta ist deutlich, deutlich kleiner als der Radius, das ist hier auf jeden Fall gegeben und deshalb, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt die Werte einfach mal ganz stumpf in diese Formel hier einsetze und damit dann hier das RAC ausrechne, irgendwie mit, indem ich jetzt den Flächen von dem Ring einsetze, ja, dann sollte für die ersten beiden Frequenzen da nicht unbedingt was Sinnvolles rauskommen, für die letzten beiden vielleicht schon, ja, können wir ja mal ausprobieren, also, jetzt rechne ich aus RAC und das nenne ich mal irgendwie Ring, weil wir vielleicht nachher noch was anderes ausrechnen, da steckt jetzt drin, also L durch Kappa so durch oder ich, ich mache das mal so, Kappa so und dann hat man gesagt, zwei mal Pi mal R mal das Delta und das Delta ist jetzt wieder ein Vektor, deswegen muss hier wieder ein Punkt hin, so und dann sieht man, das ist jetzt auch wieder in Milliohm, also das sind jetzt irgendwelche Mikroohms, das ist nicht sinnvoll, Widerstand kann ja nicht kleiner werden, der sollte nicht kleiner werden, der muss größer werden, hier ist der auch immer noch kleiner, ja, hier stimmt die Formel nicht, aber hier stimmt das so langsam, hier haben wir jetzt ja 29, ich kann ja den Wert hier nochmal nehmen und auch mal 10 hoch 3 rechnen, um das in Milliohm zu haben, also wir haben ja gesagt 5,5 Milliohm, das war unser Gleichstromwiderstand, hier drüben steht ja noch die 5,5 Milliohm, das ist kleiner, das ist auch kleiner, das ist nicht sinnvoll, das ist größer, das ist größer, hier werden die Werte langsam sinnvoll, ja, also und das ist jetzt im Prinzip einfach ein Problem unseres Modells oder da ist einfach jetzt die Formel nicht anwendbar, wenn die Bedingungen nicht gegeben sind. So, so weit, so sinnvoll, ja, okay, so, dann können wir ja mal hier mit C uns beschäftigen und ich meine C, da gibt es jetzt gar nicht so viel zu schreiben, das kann ich jetzt einfach im Oktav abtippen, hier soll man jetzt diese Näherungsformel nutzen und ich meine, diese Näherungsformel, die ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen komplizierter, also man schaut, was steht hier vorne wieder, mal grau als Farbe, dieser Term hier ist eigentlich was, was wir gerade schon aufgeschrieben haben, genau, das ist, das ist genau das RDC, was da in der Formel drin steckt und dann ist hier hinten so ein Term, wo, naja, wo wir irgendwie diese Wurzel wiederfinden, also hier ist ja so ein Wurzel von der Frequenz Term und dieses Wurzel von Frequenz und irgendwie, dass da µ und kappa und so drin steckt, das finden wir hier eben auch wieder und warum da jetzt eine 4 steht, okay, da müsste man sich jetzt drüber streiten, dass, also wahrscheinlich wegen der 2 hier und so Geschichten, naja, also auf jeden Fall gibt es hier eine Näherungsformel, die, die für alle Frequenzen gelten sollte, ja, also das gilt ja nur für, nur für AC in der Formel sollte DC und AC drin stecken. Das ist eine total gute Frage, wo diese Formel herkommt, also eigentlich gibt es ja für, für das jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt so finden, wenn wir mal einfach in der Wikipedia suchen nach Skin Effect, weil eigentlich gibt es eine Formel für den, also hier finden wir irgendwie auch das, hier finden wir ein K, was auch irgendwie sowas, das Umgedrehte ist von dem Delta, wenn nicht, müssen wir, ne, hier ist auch irgendwie sowas wie eine Näherungsformel, so richtig, die Formel, die ich hier jetzt suche, finde ich jetzt hier nicht so richtig, wir können gleich mal nochmal ins Skript reinschauen, Folienmaterial und hoffen, dass wir die da finden, Folien Kapitel 1, könnte, könnte passen, ne, passt nicht, wir brauchen Folien Kapitel 2, also weil eigentlich gibt es da, man kann das ja mit Maxlager-Theorie praktisch durchrechnen, ja, aber hier ist offensichtlich, hier ist nur so das super, super Kurz-Kapitel, weil hier geht es ja gleich weiter mit kapazitiver Kopplung, ich switche mal kurz in den englischen Kurs rein, weil da denke ich, habe ich das auf jeden Fall ein bisschen besser parat, Rolle wechseln, ich tue mal so, wenn ich nur Teilnehmer bin und hier sind Lecture-Slides, so und ich hoffe mal, dass die jetzt in endlicher Zeit aufgehen, weil das ist so ein 400 Folien-Satz, aber das scheint ganz gut zu funktionieren und hier ist auch Galvanic-Kradling, sehr gut, so, ja und ich meine, hier ist das Ersatzschaltbild und das Bild, was wir gerade gesehen haben und, ah ja, und hier ist die richtige und exakte Formel, also wenn man jetzt mal Maxwell'sche Gleichung anwendet auf so einen Leiter, dann kommt da das bei raus, das hat glaube ich, ja, der Kaden oder Tschekunov oder, also das sind so, das ist so Theorie von vor roundabout 100 Jahren, könnte man so Paper von vor ungefähr 100 Jahren mal raussuchen, da haben Leute das herausgefunden und das, was hier da drinsteckt an der Stelle, dieses, diese Js hier, das sind eben Bessel-Funktionen und diese Bessel-Funktionen haben jetzt so ein bisschen das Problem, für die gibt es einfach keine Taste auf dem Taschenrechner, ja, also die sind sehr schön und sehr exakt, aber die kann ich jetzt nicht ohne weiteres ausrechnen, zumindest nicht mit einem normalen Taschenrechner, wir können mal versuchen nachher das in MATLAB reinzuwerfen und dann werden wir feststellen, okay, das geht schon irgendwie, ja, also das ist die, die hehre exakte Theorie, so, und wenn man das mal plottet, dann stellt man fest, naja, eigentlich, passiert ja eben sowas wie das, was hier unten ist, also da gibt es, weil ich meine, wenn man sich mal, hier das so, das ist ja so ein, so ein Term, den man eben häufiger mal irgendwie hat, so ein 1 plus J mal Omega mal irgendwas, ne, J Omega RC oder so, hatten wir ja beim, letzte Woche, bei diesem Tiefpass, bei dieser Tiefpass-Geschichte zum Beispiel, so, aber eigentlich hat man immer so ein 1 plus J Omega RC oder mhm, ne, und hier hat man das jetzt mit einer Wurzel und ich meine, also dieses, dass der Widerstand oder dass die Impedanz zur Wurzel, proportional zur Wurzel der Frequenz ansteigt, das steckt irgendwie in dieser Formel drin und das wird jetzt durch diese Formel nachgebildet. So, und also die Formel bildet ganz gut nach, das was diese Wesselfunktionen machen. Ich ja, spring mal hier zurück und wir, ich mache jetzt mal im Prinzip nichts anderes als diese, als die Formel von, die Formel von hier drüben jetzt mal irgendwie in der Oktave abtippen mit dem RDC gleich am Anfang. So, also wir haben jetzt ein Z näherungsweise oder approximativ und da steckt jetzt eben drin dieses RDC mal, dann haben wir eine Wurzel von 1 plus j mal Omega mal Müh mal Kappa mal R Quadrat geteilt durch 4. So, und eigentlich sollte das schon so funktionieren. Omega ist ein Vektor, der Rest nicht, sollte eigentlich funktionieren. Und das heißt, wir kriegen da jetzt, wie man sieht, vier Ergebnisse raus. Ich mache mal den Bildschirm hier ein bisschen größer und das vielleicht ein bisschen kleiner und die sind jetzt komplex, so wie man das erwarten würde, weil hier steckt ja ein J drin und die Wurzel davon und ich meine, die Formel, die könnte man jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen, so richtig, richtig Spaß macht das aber auch nicht, weil Ja, weil es viel zu tippen ist und weil zumindest also mein Taschenrechner früher, den ich hatte, so ein Casio irgendwas mit so einem einzeiligen Display, der konnte keine, der kann keine Wurzeln von komplexen Zahlen ausrechnen oder zumindest nicht so, nicht so ohne weiteres. Ja, also man braucht schon echt einen guten wissenschaftlichen Taschenrechner, damit er dieses Wurzel von einer komplexen Zahl gut kann. Also diese, der Rest ist kein Hit, das Wurzel von den Komplexen, das ist hier dran das Fiese. Ja, und wenn man das jetzt dann irgendwie so von Hand ausrechnen wollen würde, dann ist ja wieder, hier habe ich im Prinzip was mit Real- und Imaginär-Teil, dann muss ich das in Exponentialform umwandeln und dann kann ich irgendwie da die Wurzel ausrechnen und dann kommen da eigentlich auch zwei Lösungen raus und naja, also auch die Frage, welche Lösung Matlab uns jetzt hier anbietet, wahrscheinlich die erste, ja, die dann irgendwie sinnvoll ist. So, wie können wir jetzt das, was hier rauskommt, im Prinzip mit dem hier vergleichen? Den, den Real-Teil davon nehmen, ja, wir brauchen nur den Real-Teil von der komplexen Impedanz, das entspricht dem Widerstand. und dann sehen wir, wenn wir das mal machen, also ich mache jetzt nochmal dieses R-Ring mal 10 hoch 3 und jetzt mache ich mal das hier auch in Milli-Ohm umgerechnet und dann sieht man, das ist schon gar nicht so schlecht, also hier kommt jetzt wirklich dieser DC-Widerstand raus, den wir vorher hatten, ja, hier ist das jetzt so ein ganz bisschen größer als dieser DC-Widerstand, wie das hier ja durchaus auch sinnvoll ist und tja, hier kommt jetzt ungefähr das gleiche raus, hier kommt jetzt auch ungefähr das gleiche raus, ja, mit marginalen Unterschieden, weil das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr einfaches Modell, das ist jetzt ein einfacheres Modell, aber was potenziell vielleicht irgendwie exakter ist. So, und jetzt können wir natürlich nochmal hier rüber gehen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie auf zwei Bildschirme geschoben bekomme, und hier nochmal das Octave hinbekomme und das hier mal wegmache und das hier ein bisschen kleiner mache und wir diese, ja, die Formel hier nochmal irgendwie versuchen hier rein zu kloppen, das nenne ich jetzt mal Z-Exact. So, und da können wir gucken, also hier vorne steht jetzt auch wieder was, was wir so ein bisschen kennen, also L zweimal Pi mal R ist wieder der Umfang, ja, aber hier steht auf jeden Fall was anderes, also hier steht eben eher diese, ja, hier steht irgendwie eine ganz andere Formel, ja, also das hat überhaupt erstmal nichts mit Widerstand zu tun, der Widerstand kommt irgendwie hier hinten noch dadurch mit rein, also hier müsste man sich jetzt nochmal über die Einheiten Gedanken machen, das können wir vielleicht mal gleich noch machen, gucken, ob das da, das da sinnvoll ist, wieder von den Einheiten, pass, ich tippe auf jeden Fall erstmal die Formel, also L durch 2 mal Pi mal R mal Kappa, so, dann mal diese Wurzel von minus J mal Omega mal Y mal Kappa, so, dann brauchen wir noch eine, dann brauchen wir jetzt diese Bessel-Funktion, da können wir natürlich mal irgendwie gucken, Bessel-Function-Matlab, und da hat man ganz kurz zu sehen, irgendwie in Python wird es das auch geben, nehmen wir mal das erste hier, Bessel-Function-of-First-Kind, also das ist das, was, genau, hier steht, Bessel-Function-of-First-Kind, es gibt auch eine Bessel-Function-of-Second-Kind, das ist dann das, hier heißt dann Bessel-K, wir haben jetzt hier das Bessel-J, und das, hier steht es wieder nicht so richtig, was ist das Nü, das ist ja wieder sehr geil erklärt hier in Matlab, also hier, das Nü ist das, was an dem J unten dran steht, also die Ordnung, ja, also wenn wir ein J0 haben, dann ist das Nü 0, und dann eben von Z, also wir brauchen jetzt dann ein, ein Bessel, ein, ein Bessel-J, Bessel-J0, von, R mal, und jetzt diesen gleichen Klammer-Ausdruck, das kann ich einfach kopieren, so, und das muss jetzt nochmal geteilt werden, durch, durch, ha, das war nicht so, das war nicht so, Bessel-J0, von 1, und diesen gleichen, der gleichen R mal, diese gleiche Klammer, so, und dann muss die Klammer noch zugehen, dann sieht man, das ist eine verdammt lange Formel schon irgendwie, und wir brauchen auf jeden Fall, hier noch einen Punkt, und potenziell hier auch noch irgendwie einen Punkt, und dann könnte, sollte, dürfte, müsste das schon funktionieren, du hast noch irgendwo ein Fehleuchchen gesehen? innerhalb der Bessel-J-Funktion, R mal ist klar, ja, muss man da mal, naja, also, das malen müssen wir schon auf jeden Fall eingeben, sonst wird, sonst, sonst funktioniert das nicht, also hier ist ja auch das R mit dieser Wurzel multipliziert, ja, muss es ein Punkt mal sein? ne, weil das R ist ja nur ein Skalar, also Skalar mal Vektor funktioniert, es ist immer nur Vektor mal Vektor, und Vektor durch Vektor, und so, dann brauchen wir dieses Elementweise, so, kommt erst mal was bei raus, und jetzt können wir ja von diesem Z-Exact auch wieder den Realteil nehmen, und das auch wieder mal 1 E3 rechnen, und dann stellen wir fest, das funktioniert jetzt auch, ne, hier kommt wieder der Gleichstromwiderstand raus, hier kommt was raus, was ein bisschen höher ist, was deutlich höher ist, was deutlich, deutlich höher ist, funktioniert. und man sieht, die Unterschiede zu dem hier vorher, sind jetzt irgendwie auch marginal, ja, ich würde jetzt mal hier noch gern, und dazu brauche ich hier mal das Kommentieren Feature in Zoom, hier so eine kurze Einheitenbetrachtung machen, ich nehme mal was, was hier so ein bisschen raussticht von den Farben, vielleicht Orang, und also wir, wenn wir jetzt mal hier gucken, die Einheiten, die Einheit, ach ne, dann funktioniert es nicht, verdammt, ich würde kein, kein braun, ich würde orange, also die Einheit von dem Z, das, die Länge macht uns einen Meter, das Pi macht uns auch einen Meter, das R macht uns auch einen Meter, ja gut, und das Kappa macht uns einen Siemens pro Meter, richtig? So, und dann haben wir diese, ja, diese Wurzel hier, da müssen wir mal gucken, das Mu macht uns einen Voltsekunde pro Ampermeter, das Omega macht uns einen Eins durch Sekunde, und das Kappa macht uns wieder einen Siemens pro Meter, und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt habe ich das ein bisschen ungünstig geschrieben, also das ist hier ein großes S, das ist mal ein kleines S, das ist mal ein kleines S, die kürzen sich weg, Volt durch Ampere ergibt Ohm, Ohm und Siemens kürzt sich auch weg, und da bleibt jetzt ein Eins durch Meter Quadrat über, und genau, und hierfür brauchen wir jetzt ja noch die Wurzel, und das heißt, wir kriegen Eins durch Meter raus, und das heißt, hier hinten, also erstmal hier vorne haben wir nochmal einen Meter, einen kürzlichen Meter, 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 Meter weg, Eins durch Siemens ergibt genau Ohm, passt glücklicherweise, zufälligerweise hoffentlich, also nicht zufälligerweise, weil die Theorie das so sagt, muss das ja so passen, passt glücklicherweise auch, und hier hinten, ja, also diese ganze Klammer hier, die hat die ja Eins durch Meter, das R macht wieder einen Meter dazu, sodass das, was hier drin ist, wieder einheitenlos ist, und das ist auch total sinnvoll, weil diese Bessel-Funktion ja wieder sowas ist, wie eine Sinusfunktion, eine Kosinusfunktion, eine Tangentsfunktion, eine E-Funktion, die kann ich nur von einer Zahl ausrechnen, die kann ich nicht von einer Einheit ausrechnen, also total sinnvoll, dass das, was hier hinten reingeht, in diese Bessel-Funktion, dass das eben einheitenlos ist. So, sehr schön, also mache ich mal einmal kurz speichern, mache die Annotation wieder weg, und das haben wir jetzt einmal geprüft, das funktioniert zum Glück. So, dann können wir, ja, hier kurz über die Sätzeaufgabe nachdenken, die ist ja aber total simpel, wenn man so will, also wie groß ist die Spannung, die da jetzt induziert wird. Es geht noch um die Spannung in diesem Leiter, mit dem Widerstand ausrechnen. Genau, es geht um die Spannung in dem, ja, also wir haben jetzt, wir haben einen ersten Kreis, der stört jetzt irgendwie, da fließt dieser Strom von einer Pär, die beiden Kreise sind jetzt über diese Koppelimpedanz miteinander gekoppelt, im Prinzip, das hier haben wir gerade ausgerechnet, die Induktivität haben wir jetzt mal in das Grad gedrückt, und die steckt in diesem, in dem Z da mit drin, aber das ist die innere Induktivität. Also eigentlich ist wahrscheinlich bei dieser, wenn man diese Koppelinduktivität mit betrachtet, ist da eigentlich die äußere Induktivität viel entscheidender, die durch die Geometrie des Stromkreises an sich gegeben wird, durch irgendeine Schleife, die da gebaut ist, nicht durch die innere Induktivität von dem Draht, aber sozusagen, wie groß ist der Spannungsabfall über dem hier unten? Die 1 Ampere fließen hier außen in dem Kreis. Ja? Die fließen außen in dem Kreis, die machen einen Spannungsabfall über diesen gemeinsamen Rückleiter, und dieser Spannungsabfall, der wird natürlich auch in dem inneren Kreis messbar sein, oder sichtbar sein. Ja? Also der Spannungsabfall hier wirkt natürlich im Prinzip wie eine Quelle in diesem zweiten Kreis. Genau, also das ist einfach R mal I, das ist einfach das Unschulgesetz. Also hier ist dann irgendwo, hier steht dann R mal I. So, naja gut, und ich meine, das, ich weiß nicht, das rechne ich jetzt nicht nochmal aus, also alles mal 1, ja, und dann werden eben aus, dann werden eben aus den, die Werte stimmen nicht genau überein, da können wir ja mal reingucken. Das kann gut möglich sein. Das kann gut möglich sein. Ich mach mal das hier so, ich mach mal das hier so ein bisschen größer, und irgendwie ist hier nicht die Musterlösung direkt verlinkt, so wie in dem GT-Aufgabenheft, sondern man muss hier runter scrollern. Genau, und das kann sein, dass hier jetzt irgendwie so Werte stehen, die, genau, 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 ja. ja. Das, das kann gut möglich sein. Ja, das ist einfach dann irgendwie so ein Copy-and-Paste-Fehler, der dann von irgendwoher kommt. Aber ich meine hier auf jeden Fall, auf diese Werte sind wir gekommen, auf das Jahr haben wir auch eben ungefähr so, und diesen Fehler hier, also, dass dieser Wert und der Wert nicht stimmt, das sehen wir ja auch. Was man jetzt natürlich mal noch in der Octave-Lösung machen könnte, ist, also, wir können jetzt ja mal andere Frequenzen nochmal nehmen, wir können ja mal ein paar mehr Frequenzen nehmen, um uns so anzuschauen, wie das so funktioniert. Also, ich nehme jetzt mal für die Frequenzen so ein Log-Space zum Beispiel, ja, also, wir, wir machen das mal von, von 50 Hertz bis vielleicht diese 5 Megahertz oder 50 Megahertz, vielleicht nehmen wir mal 50 Megahertz, und wir nehmen mal, keine Ahnung, 100 Werte oder 1000 Werte oder irgendwie sowas, und dann stellen wir fest, wenn man das jetzt so macht, ich, ich, mache das mal weg, funktioniert das nicht, wenn ich jetzt mir die erste Frequenz angucke, dann sind das 10 hoch 50, ja, und nicht 50, weil dieses Log-Space so funktioniert, dass das hier immer schon der Exponent ist. Also, wenn ich von 50 Hertz starten will, dann muss ich hier den 10er Logarithmus von 50 reingeben und sozusagen den 10er Logarithmus von 50 Megahertz, und wenn ich jetzt mir mal F1 und Fn anschaue, dann habe ich da genau diese Werte, die ich haben will. So, und damit kann ich jetzt natürlich mal wieder noch das Omega ausrechnen, ups, das hätte ich jetzt mal nicht machen sollen, ähm, dieselbe Reinigungsfachkraft wie letzte Woche. Ja, mal eine, eine ungünstige Zeit, da habe ich, so, also das Omega, ähm, jetzt kann ich das, jetzt mache ich den gleichen Spaß einfach nochmal, ja, also ich rechne das RAC aus, ich rechne dieses, nee, warte mal, das funktioniert jetzt nicht, ich muss erst mal das Delta ausrechnen. So, und ich muss das auf jeden Fall wegescapen. Das Ergebnis, jetzt kann ich dieses RAC Ring ausrechnen, da sollten jetzt auch 1000 Werte rauskommen. Ich mache mal hier das Fensterchen ein bisschen größer, dann sieht man nämlich jetzt, unser RAC Ring hat auch 1000 Werte, ja, das Set Approx und das Set Exakt, das muss ich jetzt, die muss ich jetzt noch auswerten, die haben jeweils nur vier. So, also machen wir das hier, dann haben wir hier auch 1000 Werte bekommen und jetzt machen wir das noch für das Set Exakt, da kriegen wir dann mit unserer, mit unserer, ähm, ganz ans Ende, da kriegen wir jetzt auch 1000 Werte raus. So, und jetzt kann ich die natürlich mal plotten. Also, ich nehme jetzt die Frequenz und packe da rein, äh, das RAC, dann den Realteil von dem Set Approx und den Realteil von dem Set Exakt und, oh ja, RAC Ring, ja, genau, so, und, äh, boah, ja, ich lasse die jetzt einfach so, oder rechne ich die noch in Millimeter um, ich rechne die noch in Millimeter um, ich rechne die noch in Millimeter um. So, und vielleicht mache ich das mal mit einem, nicht, ich mache es erst mal mit einem normalen Plot, ja, der sollte jetzt nicht so sonderlich hübsch aussehen, weil wir das ja logarithmisch skaliert haben, also schon nicht ohne Grund, ähm, also mache ich mal aus dem ein, ein Log-Log, dass man da schöner sieht, was da passiert. Gut. So, und dann sieht der so aus. Ja, ähm, wunderschön, und was ich, ja, was ich mal noch mache, ist, ich packe mal in die, in den, in den Plot noch das RDC mit rein, und das ist ja nur ein Wert, und damit das jetzt funktioniert, ähm, mache ich, multipliziere ich das einfach mit Einsen, die die gleiche Größe haben, wie die Frequenz. Ja, damit, damit man das Plot, machen kann. So, dann kommt da noch eine Linie dazu. Ähm, und Legende, ja, müssen wir uns jetzt mal, fast noch, ähm, denken, oder irgendwie, also das an der x-Achse, auch auf jeden Fall die Frequenz, in Hertz, an der y-Achse, haben wir den, Widerstand in Milli, oben, und Omega, die ich jetzt hier, glaube ich, nicht hin, ähm, ein Gitternetz wäre noch ganz gut, und wir könnten noch wirklich mal eine Legende ranbasteln und sagen, also das Erste ist unser R, also das Erste ist unser R, EC oder ist Gleichstromwiderstand, das Zweite ist der Ring, das Dritte ist diese, tja, wie nenne ich das, Näherung, irgendwie will es keine, es will keine Umlaute, und das Letzte ist die exakte Formel, so, okay, ja, dann gemacht, ich, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, warum mein, warum das in der Octave alles so winzig, winzig klein ist, vielleicht muss ich, ich muss wirklich, ich sollte wirklich ganz unbedingt mal eine neue Version installieren, vielleicht macht die das schöner und besser, aber egal, also man sieht ja sehr schön, was hier passiert, nämlich, wir haben als erstes eine blaue Kurve, die blaue Kurve ist einfach der Gleichstromwiderstand, ja, und da sieht man, das passt bei kleinen Frequenzen irgendwie ziemlich gut, da wo wir nah an Gleichstrom sind, und irgendwann passt das dann eben einfach nicht mehr, einfach dann wollen wir keinen Gleichstrom mehr haben, so, dann gibt es diese Formel, oder dann gibt es als nächste Kurve, die rote, würde ich sagen, ist das, die von dem Ring, also das hier ist rot, die von dem Ring, die passt natürlich für tiefe Frequenzen nicht, das haben wir auch schon gesagt, wenn der, wenn der, wenn die Skin-Tiefe eben dicker ist, als der Radius und so, überhaupt kann das nicht sein, deswegen liefert die uns hier viel zu kleine Werte, ja, die, ab hier könnte man sagen, ab, ab irgendwie dieser Frequenz, das sind hier so, das ist 1 Kilohertz, 10 Kilohertz, 18 Kilohertz vielleicht, also knapp unter 20 Kilohertz, da funktioniert es auf einmal, da, also ab da, wo die größer ist, als das, da funktioniert das so, da können wir diese Formel nutzen, und dann haben wir diese Näherungsformel, die mit der Wurzel, das war, das war diese hier, ja, und da sieht man, die passt sowohl für kleine und für große ganz gut und die macht uns auch diesen Knickbereich hier, baut die uns ganz gut nach. Und dann, also das ist die gelbe Kurve, und dann gibt es eben noch diese, oh, nee, die lila, das ist diese exakte Formel mit der, exakte Gleichung mit der Bessel-Funktion, die wir hier auf den Folien hier hatten, und die, die macht dann auch nichts anderes als diese Näherungsgleichung, ja, also die Unterschiede sind hier marginal, da müsste man jetzt ganz schön reinzoomen in der Skalierung, dass man da irgendwie was sieht. Aber das ist genau das, was im Prinzip so passiert. Also Skin-Effekt bei tiefen Frequenzen total unentscheidend, dann gibt es irgendwie so einen Knick, und dann steigt das eben proportional zur Wurzel der Frequenz an, der Widerstand. Und die innere Induktivität, die fällt sozusagen proportional zur Wurzel der Frequenz ab, aber innere Induktivität ist da nicht so entscheidend, eigentlich ist die äußere Induktivität entscheidend, und die bleibt im weitesten Sinne konstant, weil sich ja nichts an der Fläche ändert, an der steifen Fläche, die man auch wieder aufspann, und der Einfluss der Induktivität, also die Impedanz, die steigt natürlich wieder proportional zur, nee, also nicht proportional zur Wurzel, die steigt proportional zur Frequenz an. Ja, also eigentlich, was dann bei so galvanischer Kopplung auch noch mit dazu kommt, ist eben diese, ja, der Einfluss der Induktivität, den darf man da nicht vernachlässigen.